Ich bin nicht mehr in der Zeit. 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 Habt ihr jetzt alle Taming-Sachen dabei? Ja, ja. Geht ja schlecht, noch mehr Taming-Sachen zu machen, da keiner Fleischwarn für uns dann mitbringt. Oder mal splittet. Obwohl man schon zwei-, dreimal gesagt hat. Okay, er wird wieder zurück. Ja, ja. Gut, deswegen ist einer splittet. Danke, Kichel. Kennen Schwimm einfach weiter. Okay, ich fahr jetzt in Ruhe in meinem Polymer, ne? Ich hab gesagt, dass wir gerade M-M-Fluße nützt. Jetzt ist es 2.38 Uhr. Um 2.30 Uhr ist er weggegangen vom Stargate. Und um 23 Uhr habe ich einen Screenshot gemacht, dass er da ist. Ich lenke die Haie auf mich. Vor allem den ersten Killer hat er weiß Gott wann gemacht. Mit Molte, der hat da nicht versucht anzuhören. Da kann er erzählen, was er will. Ja, hat er ja nicht, da ist er als Molte sogar hinterhergegangen. Ich liebe dich, alles gut. Das kotzt einfach schon wieder an, da ist schon wieder eine Laune, da ist kein Bock mehr. Wenn diese Leute sießen, dann kommen solche Abwustreden und es wird halt auch nicht. Aber wir, wir machen das dann. Dann heißt es gleich ausführlich Imperium. Schaffst du's? Das ist halt bei uns wirklich so. Wir kriegen da gleich so 5 Sekunden später... Ja, die Führung geht da sofort weg. Das ist wie da wo ich mal... Weil die ganze Zeit welche durchkam, dann sind wie da wo ich dann... So, sind wir jetzt fertig mit de Demotivierungen. Nee, eigentlich nicht, aber... Ei, wenn der Kipp auch kalt hast, tschüss. Achtung, Achtung, stellt euch selbst. Es kommen gleich richtig Turm-Dinger. Es ist da jetzt richtig Turm, passt auch. So, Wanko Level 15. Lass hier mal entlanglaufen. 15, 15. Oh, leck, leck. So, ich bin grad in dieser Höhle drinnen. Wo Freie, äh... Lack, 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 Lack. Rechts da lag, ganz normal. Spiel weiter. Ich hab kein Lack, Doby. Der Server hat sich geschafft. Jetzt kannst du mal weiter. Äh, Impi, die Insel ist frei. Ja, ist da da Bauflash? Ja, Bauflash. Obendrauf kann man Bauflash. Das ist die, die wir mal vorhin schon mal geguckt haben, die mit der Perlhöhle unten drunter. Ja, aber das Problem ist doch, die kommen die in der Mitte. Die in der Mitte. Die in der Mitte. Und dann kommst du mit dem Boot hin, da kommt dann diese Bootviecher da, diese Riesenwahle. Wir müssen unendlich weitlaufen, jedes Mal, früher in der Tal. Ja. Und wir müssen jedes Mal erstmal durchs Wasser mit nem Anklügel, ja toll. Da können wir lieber auf jedes Mal unseren Spot bleiben. Ja, das ist wirklich hier. Ja, 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 ja. Käpt'n. Ohne Stargate auf der Insel fließt es halt nicht. Wir machen jetzt, wir machen jetzt Operation Flood. Und Stargate ist gleichzeitig unser Wait. Äh, Kill. Ja, das ist halt auch, weil wir dürfen die Turrets nicht so einstellen, dass sie Stargate treffen. Das heißt, wir müssen die noch kürzer einstellen. Und dann ihre Distanz. Nee, es ist geregelt, dass auch maximale Reichweite auf dem Stargate nicht beschossen werden. Unabhängig davon, ob man sich nicht zerstellt oder nicht. Ah. Dasselbe ist auch mit der Höhle. Wir müssen wo, warum es die Höhle in keinster Weise beschossen wird. Also, dann kannst du schon vergessen. Du kannst sowas nicht vergessen, wenn dann das Stargate steht. Außer sie stellen das Stargate in die Höhle. Hm. Kill ihn lieber fürs Fleisch. Wir brauchen Fleisch. Hol ihn ja nicht. Du kennst doch Dope Base, diese Höhle. Ja, klar. Da gibt es doch so eine richtig fette freie Fläche und da kommt so ein riesen dichter Wald. Ja, da haben wir auch schon gebaut. Haben sich auch schon gebaut beim Imperium Projekt damals. Ja, da werde ich jetzt mal nachgucken, ob das im grünen Gebiet ist. Guckt doch mal bei Stargate 18 56. Warum guckt niemand, wenn K-Session ist? Während Session gucke, ist zum Kotze. Ja. Ja, ich tame ja nebenbei. Wo bist du gerade? Ja, vor der Höhle, wie gesagt. Die beiden Flächen stehen auf. Wo denn? Ah, da. Hi. So, ich setz hier mal ein Bad Call. Weil, wenn dein Boot kaputt geht, springst du auf mein, okay? Auf mein Boot. Okay, mal ein paar Ressourcen fahren mit Rocky Launcher. Hmhm. Ich glaube, irgendwie das hast du schon gemeint. Ich glaube, irgendwie das hast du schon gemeint. Hmhm. Das heißt, glaube ich. Wenn du noch mit einer Schnecke zurückkommst, bist du in der Oberbüro. Dann brauche ich dich persönlich, wenn du mit einer Schnecke zurückkommst. Nein, nein, der kommt gleich mit vier Schnecken vom Kingdimm zurück. Der kommt gleich mit jeder Schnecke vom Server zurück. Besser, wir tun ja gleich das finale Event ohne Base. Ja. Das Problem mit Hörsepohle muss dafür nicht mal die Base zerstören. Der schleicht sich da rein und klaut sie einfach. Yes. Der läuft dann in Turils durch. Niemand kann was gegen unseren Hauspohlen machen. Guten Tag. Hello. Wer ist der Herr? Wer ist der Lady? Ohne Tools ohne Rechse. Huhu. Huhu. Hallo. Kann ich doch einen offensiellen Server? Ich muss unseren Führer einladen. Nix. Du bist nicht qualifiziert. Ich suche den Nächsten. Huhu. Hallo. Du silberglänzendes etwas. Hallo. So, mein Name ist Volkan Ich mache Liebe langsam und lange Ketten, wir haben es überlebt, ist das super? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir treffen jetzt auf eine 180er Gigant Wir haben halt gar keine Tiere mehr, das ist halt absolut trip Ja, ich komme gleich wieder mit Pioner So, dann kannst du mal wieder Ohna, Geber Schwimmen die... Hier ist halt nichts mehr da Wer steht denn jetzt in der Basel rum und macht Krabmix? Ich, äh, ich muss leveln Ich habe auch ein Darth Maul gesehen und ein Ness aus Metall mit dem Dödi, los Darf Maul, was da los? Metall mit dem Dödi? Ja, im Dödi ist Stein und Metall, die wir da stehen Oh, hier ist ein Teil hier, natürlich Es ist das einzige Vieh, was wir haben und es kann Zeug tragen, also Ja, so Ja, so Ja, so Ja, guck mal, guck mal, ob das im grünen Gebiet ist Ja, hier Ja, aber 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 Mach mir auch Werkzeug mit Kann mir mal irgendwer mit Wie zu Ich bin jetzt übrigens sauer auf Dödschen Was? Das sind 500.000 Pinguine Wir können Polymer für die nächsten drei Jahre farben Wir haben keine Tiere mehr Okay Nee, du darfst nicht okay sagen Du musst okay sagen Okay 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 Genau so Hä? Ich wollte die Steinpieke Und die guck dir ist Küche dann Kommt doch alles Ja, ich bin 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 Grafter, grafter, grafter Grafter Hier, ich habe jetzt Stein gefahren Mir fehlt nur noch Flint Dann kann ich Spark Powder durch Wenden lassen noch mehr Oh, ich mach grad beide Ja, ich hab dir die Hälfte von Flint reingerichtet Oh mein Gott Ich muss alles erlernen Fällt mir grad auf Ketten kommst du's da geht Was hat er gesagt Also der Shadow ist echt leise bei mir Hör ich gar nicht Bau ein Bett hin Ja, bau ein Bett hin Ja, bau ein Bett hin Und irgendwie soll mal herkommen Dann zeig ihn erstmal das Target Und da wo ich mir überlegt habe Wo wir bauen Pack's hier bei das Empfehlen Da muss man was überlaufen Wo ist das? Auf der Karte Und das ist hier So ein One-Spot Den kennt keiner Also nicht mal ich Wahn Ist da Metall? Ja Achso Ja, ja Ja, ja Ja, du So, es bau mal her Ich nenn's mal rum Oh mein Gott Was ist mit den Betten passiert? Wie nenn ich das jetzt um? Achso Ähm Okay Wolter, bist du da durch gerade? Ja Das ist grad Drex lang gelaufen Links Drex Nennst du? Oka-Lin Kingderm Kingderm Was? Was macht Kingderm Rex Welche Richtung ist da genau? Hinter uns, genau im Wald Schau mal hinter dich Ich mach das gut alles erlernen Ich mach das wohl jetzt alles erlernen Also nicht wohnen Ja, ja Da ist der Ja, ja Da ist der Da ist der Wissen Oder hast du Steinbeifeln? Ja Das ist der Player Ja, ich hab keine Mutti dafür Doch, ist 4 Stück 5 Achso, ok in hinterher los heimisch er wollte ich klicke abgaben zwar immer durchkommt zufällig wieder da klar klaren Wort hat die Kumpf ich zeig dir erstmal das da geht ja ich schenke was das auch ausbrechen ok ja bei mir hat's noch nicht verändern ich kann nicht mehr weg Lenover rast halt aus und ich hab überlegt dass wir siehst du ne und hier läuft wirklich keiner entlang so hier die Loppe hier in den Wald rein und ein Spargel das ist ein Berg wenn hier kein Metall ist dann eher moin nicht angehen nicht angehen hier habe ich überlegt hier habe ich überlegt ich will habe ich mehr Bock drauf ging da da habe ich überlegt dass wir hier bauen was warum kick denn man kann auch tiefer und das ist nur ein und höher rein gehen komm 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 hast gesehen ich finde es süß oder heute willst du wieder an ja aber wir müssen versteckt sein vergiss das nicht wir wollen keinen guten wir wollen versteckt sein du kannst ja tiefer oder höher hoch guck mal wir gehen hier höher hoch abgebrochen ja ja das kriegt man hin man muss man muss man muss gut sein warte ach shit sorry man kommt die da hoch ach ach ich schon guck mal okay wir müssen anderen Weg gehen nur nicht sterben Ente so geht es nicht vorbei wir müssen da jetzt hoch da sind wir auf entweder wenn wir wir müssen nachher ein mit er vor Ort viel gelocken die 1 so ja warum ist gerade einer mit Rappler durchgekommen aber ich bin noch da, ich kann jetzt aber zurück Da kommt einer! Oh doch nicht! Warte! Kann ich auch vorbeilaufen! Da über dich noch ein bisschen! Ich komme jetzt zurück! Oh shit! Weil jetzt ist hier viel zu viel los hier! Ich krieg mit deinem Finger hier nicht mehr! Hemm das Bier also! Ist er hier aus der Frau? Raptor! Hemm, warum krieg ich nicht gebullert? Raptor gebullert! Ja, schieß ihn weg! Sollen wir den teilen? Oh, Raptor tot! Der Spieler ist unterm Halt im Stargame! Da hinten rennt er rum! Ja, ich hab nicht gesehen! Okay, komm weiter! Ente? Ja? Wenn du die Base machst, könntest du dann mir nach und nach mal zu zeigen die 100 Beträgungsfeiler machen? Hier hinter! Oh, Neos! Nein, nein, lef einfach weiter! Neos wird das hier lieben, ey! Hier sind so viele Tee da! Da vorne flitzt er! So, dann auch mal mein Juhu! Nicht viele, ich will besondere! Ja, hier ist ein Giga 180! Oh, Wolf! Komm, der springt über mich! Komm, komm, komm! Oh, oh! Oh, oh! Ja, auf einmal steht in der Base rum! Sehst du ihn noch, Polo? Ich hab grad gelevelt! Da hab ich doch fünfmal... So, wie findet ihr das hier hinten? Lass mal zu! Dann weiß ich Bescheid! Ich kenn ich weiß nicht! Was ist denn das, Alter? Wie geht's denn? Wohl, wenn ich lass jetzt... Wenn wir jetzt den neuen Spot haben... Diese Helft, ja! ... das Problem mehr nach Hause bringen und guckt, dass wir... ...dann da den Spot brauchen. Ja, Wohl erst einmal! Die machen Demis, oder? Bist du durchs Target gerade? Schlafsack gesetzt. Aber ich geh noch nicht, bevor ich alle gekriegt hab. Ich werd nicht gern. Krass, für mich zwanzig. Bein. Kettenschlag mit? Betäubt gerade. Ach, noch raus. Ah! Da ist noch ein Rex. Ich hab mich schießt mit, schieß einfach weiter. Schieß einfach runter. Ja, ich weiß nicht. Schieß einfach weiter. Oh, du bist entkommen. Ey, die bussen hier einen voll weg. Ein Ende ganzes Schild an so'n Flintstein. Und lass den Metallwürfel, den wir vorne vorstellen, auch nur noch 5x5 machen. Alter. Ey, aber... Ente sei mal ehrlich, ich bin schon schlau, oder? Na. Der Spot ist schon süß. Was sieht gerade aus? Was ist der Alter aus? Alter! Was? 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 Ich komm weg, ich komm weg. Ich mich wundere, der Tod von Shadow, wer ist das? Oder was? Das wäre oder was? Du, du Spot. Oh Gott. Kennt mich nicht super? Nee, ich bin gut. Ja, was ist los? Aber ich bin selber. Ich brauche Essen, Alter. Ich sterbe sonst. Hände mal eure kleinen Eier mal zusammenreißen, euch mal für nämlich zu spielen. Boah, schlimm, ey. Ich verstehe es auch nicht bald. Ich... Ente wie sieht's jetzt mit den neuen Spot aus? Ne, ich brauche. Ich brauche mit denitzenden Zähnen. Ach so, ich baue noch eine Zähne, wir müssen erstmal die... Da kommt noch ein Zähne, die... oder ja das ist eine ganze sachen dabei im Kopf zwei Schweine und wie wir sind und war das das wir später die heißt das ist die als Mautz dann wohl hier zu tun ohne Röscher dann gleich mal dass das mal was in Lohle Flieger ist tuten, okay? Nein, nein, wir können weiter. Ich habe halt. Ja, okay, dann bauen wir ein Bett bitte. Oh Gott. Das ist das. Oh, eins ist fertig schon mal. Mach Ruhe. Ende gleich steht ein neues Bett. Guck mal, ob es hier eine Kalk gibt. Fuss hier, nur mit demakel. Ja, ja, Metall ist hier cool. Ja, Metall ist hier cool. Ja, ja, Metall ist hier cool. Wir kriegen immer gute Rüstung. Ich habe dann ein kompletter Magazin mit der Autos nachgeheben, dass man das nicht mal brustteilt wird. Genau, die können keine gute Rüstung haben, oder? Die...öhh, Drops gibt's hier nicht. die Vorbaut wird der Scheiß um getroffen das war doch mal aus ich hatte das sechs mal so da sie könnten angeln, aber halt nur mit einer normalen Angel, weil Alpha-Unterwassertiere aus sind. Jo, ist das freundlich doch. Ja, Alter, kein Bock, wenn ich ruhig bin, dann gleich mal. Ja, ich bring jetzt erstmal das Polymer hoch. Ja, guck mal, ob grünes Gebiet hier ist. Ist nicht? Ja, ich schaue mal, ob grünes Gebiet bitte ist. Ja, ich habe schon. Okay, sehr süß. Sehr schön. Dann muss Ente sich das angucken. Wir könnten auch, wie ich gerade überlege, da ganz oben drauf bauen, ne? Guck mal ganz nach oben. Ja, aber komm, das ist ja super versteckt. Das Spiel macht es nur einen Unterschied, ob wir mit Stargate hingehen oder hinlaufen. Ja, das Stargate ist direkt bei uns unten. Man muss einmal mit Fallschum springen und ist direkt da. Also einmal mit Fallschum springen. Aber ungefähr wie jetzt auch. Noch näher, noch näher sogar. Man muss nicht so einen Berg hochlaufen, man muss einfach runterlaufen. Oh, komm. Du hast ein Bett gebaut, aber es ist so ein bisschen im Wald, ne? Ist ein Metall. Ich krieg's kotzen, Alter. Da Metall ist, Metall ist, Metall ist, Metall ist, Metall ist. Warum geht die Bett in der Base gerade nicht? Sind wir da ein paar Bett bauen? Ich hab ein Bett gebaut, das heißt, Bett, neue Ballerspots vielleicht. Woran bist du jetzt gestorben? Ah, ne Blitz. Trifst du da eine Weiche? Ja, deswegen würde ich ja gerne in der Base bauen, aber... Ja, in der Base haben alle cooldown gegen den Zerbom. Ich baue die Abweiche aus, das machen wir mal nicht. Das geht nicht gerade auf dem Set, aber, ey. Ich hab noch so Fleisch, ich mach mal Lagerfeuer, ok? Der Berg ist so buggy in Valhalla, ne? Welcher Berg ist das? Ja, hinter uns da, ich glaub... Ich hab noch mal Becken gestaltet. So, und danke. Den Kornbiener ist was drin, was das funktioniert. Ja, wegen Regen weißt du nicht, was wir hier... Ist die kalt hier eigentlich? Nein. Was hast du jetzt gerade... Wie hast du deinen Schwein genannt? Und Runder. Und Runder. Oh mein Gott. Der ist doch voll, voll sweet, oder? Sind das nicht die vom König der Löwen? Hm. Ja, siehst du, das kenn ich auch. Das Brain ist wieder am Start. Du hast dich gerade wie ein Pädobär angehört, Alter. Das Brain ist wieder am Start, Chris. Hm. The Brain of the Imperium. Ohne ihn wären wir nix, oder wie? So, das Bett heißt... Ähm... Bett, neues Wort, Eis. Vielleicht. Vielleicht. Ich hab zwei Rundgelutscht, gabs zu. Ich hab zwei Rundgelutscht mittlerweile. Ich hab zwei Rundgelutscht. Ich hab zwei Rundgelutscht. Wer will... Weiß nicht, ich bin einfach Bullard. Oh, ich hab daneben gebullard. Was mit mir... Zehn. Lass du erst mal mitnehmen. Zum Laufen, oder? Ja, dann... Ja, ich wollte eigentlich, dass wir hier rumlaufen müssen. So, in einem Heidman? Versuch ihn da gleich zu töten. Achso, das sind kleine Noten. Hier gibt's auch Richt-to-Obsidian überall. Ist das Obsidian oder Wind? Alles klar. So Ketten. Hey, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Guck mal, und Ente hier, wenn du hier hochläufst, gibt's Metall und sowas. Der Hund. Was? Was ist denn? Ich wollte halt einfach nur schreiben, dass Kingdom Space im Schneegebiet ist, weil das wollte jemand wissen. Nein, sowas machen wir alles. Kingdom Space ist nicht in Schneegebiet. Der ist noch auf dem einen Spot da. Da ist nix wichtiges drin. Hä? Nein. Auf unser... Kingdom ist bei diesem... Bei der großen Höhle... Stego-Sattel, ich habe 100er Leier. Imperium. Oder? Nein, nicht die Imperium-Hölle. Ah, ich erinnere mich, diese Höhle, wo Imperium mit Pass über. Halt bitte. Nein, 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 nein. Doch, das war Staffel 2? 2? 2, ja. Nein, 1 war's, äh... Sumpfgebiet dieser Berg. Da hatte Imperium den Level 300er Giga. Hast du deine Schmerzen hinten? Ja, das auf jeden Fall. Vor allem die ganzen Strukturen sind ja eh gedamaged. Jede. Ich finde den Spot hier richtig gut. Bei uns oben ist Metall direkt. Hier sind richtig viele Tiere. Ende Massage. Ist es gerade genug für 6er Base? Schade genug schon, aber ich weiß nicht, ob mir das für das nicht gefällt. Eigentlich ist es auf dem Berg, aber praktisch, weil niemand von oben runter... Was ist das Problem? Ganz oben. Oh, wir können mal ganz oben gucken. Nein, ich gehe noch ganz oben. Ich bin nicht in der Base, ne? Ich bin draus. Ja, ich tame vor der Tür. Ich habe dich gesehen. Hast du gesehen, was ich gelegt habe? Ja, ein Stedo. Ja, ist Level? Das hab ich nicht geguckt. Ich hab mir nur gedacht, du bescheidig. Ich level 150, wenn irgendwie schon so drauf abfährt. Nein, nein, nur 100er. Aber durch das, was er aufsteht, ist er 150. Nein, 149. So. 148. Levelunterschied. Wäre gut, er verliert ein bisschen was durch Bär, ne? Äh, Sparkpowder, wo jetzt laufen lassen werden, könnt ihr bitte... Ich hab immer hier Stego mitgebrungen. Wo ist ein Eier-Stego? Ich hab zwei Raptoren mitgebracht. Ich hab Polen mitgebracht. Wow! Ich hab Narko-Berries, Fleisch und Wind gebracht und fahr mit. Oh, das ist die Bude. Polen noch nicht. Wir hier oben, Ente, ganz oben auf dem Berg, ne? Polenbegleitungen, euch dafür. Ja, aber da kommst du nicht Frauen. Komm mal mit auf die andere Seite. Ja, ich bin gerade ab und kam. Es kommt erst zu 8. Was ist Ente? Zufällig immer komm, komm ich zufällig wieder. Ohne. Pass auf, lieber Brück, nicht zu sein, selber zu fahren. Das bringt uns grad mehr. Auf die andere Seite des Bergens. Und hier, Leute mit dem Face-Stock, ne? Wer hat die Tür aufgelassen? Hallo. 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 Danke. Dabei. Ha! Ohne. Untertitelung des ZDF, 2020